Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute zeige ich dir meine 5 Minuten Übungsroutine für jeden Tag. Viele von euch haben mich ja gefragt, hast du nicht so ein Kurzprogramm, was ich täglich machen kann? Ich habe jetzt nicht so viel Zeit, manchmal vielleicht auch nicht so viel Motivation, aber es gibt doch ein paar Übungen, die man trotzdem machen kann. Ja, die gibt es und die kannst du jetzt gleich mit mir in 5 Minuten machen, meine 5 Minuten Übungsroutine mit 3 Übungen. Wir starten im Stehen, du streckst deine Arme nach oben, beugst dich leicht nach hinten, kommst nach vorne runter, langsame Bewegung, ruhig die Knie leicht beugen, kommst wieder nach oben, beugst die Arme zur Seite und drehst dich nach rechts zur Seite, kommst zurück, drehst dich nach links zur Seite, kommst zur Mitte, streckst die Arme, beugst dich nach rechts zur Seite, kommst zur Mitte, streckst dich nach oben, beugst dich nach links zur Seite, kommst zur Mitte, wieder beginnen, nach hinten, einatmen, nach vorne runter, ausatmen, nach oben kommen, Arme beugen, einatmen, nach rechts drehen, ausatmen, zur Mitte, ein, links, aus, zur Mitte, strecken, einatmen, nach rechts beugen, ausatmen, zur Mitte, ein, ausatmen, nach links, und dann fängst du wieder an, nach hinten, wiederholst es für fünf bis sechs Zyklen, die du hier wiederholst, in der in dem Ablauf für die Bewegung des Oberkörpers. Nun, kommst du auf eine Matte, kommst du auf die Knie, in den Vierfüßlerstand, so, streckst das rechte Bein nach hinten aus, verlängerst deine Wirbelsäule, nicht zu hoch bringen, das Bein nicht, das Becken kippen, schön lang halten, jetzt runterrücken, Gegenbewegung, Knie Richtung Nasenspitze bringen, dann das Knie ablegen, strecken den Rücken, Zehen, auf, schön nach hinten kommen, Du kommst wieder auf deine Knie, jetzt nehmen wir die andere Seite, linkes Bein strecken, Rücken verlängern, runder Rücken, Knie Richtung Nasenspitze, Knie ablegen, strecken, Hüfte nach hinten schieben, wieder auf die Knie kommen, rechtes Bein strecken, Knie Richtung Nasenspitze, Ablegen, strecken, einatmen, ausatmen, nach hinten kommen, wieder linkes Bein, Knie Richtung Nasenspitze, strecken, ausatmen, nach hinten kommen, das wiederholst du pro Seite drei Mal, wenn du das wiederholt hast, dann kannst du die Knie ein bisschen auseinander bringen, dich auf die Fersen setzen, den Oberkörper ablegen und rasten hier für circa eine Minute, den unteren Rücken entspannen, Schulter, Nacken entspannen, den Atem verlängern, und dann hast du es schon geschafft, die fünf Minuten Übungsroutine für deinen ganzen Körper, von oben bis unten. Wie ist es dir dabei gegangen? Schreib mir in die Kommentare, ich freue mich jetzt zu lesen und vielleicht machst du es ja regelmäßig und kannst vielleicht berichten, wie es dir geht, wenn du das täglich als deine Routine eingebaut hast. Du möchtest regelmäßig trainieren, ohne überfordert zu werden, dann gibt es jetzt mal einen neuen Kurs Fit und Schmerzfrei, über 20 Übungsprogramme für die wichtigsten Regionen in deinem Körper, über 400 Minuten Video-Inhalte, unbegrenzt verfügbar, kein Abo-Modell, inklusive Trainingsprogramm. Also ich glaube, es gibt keine bessere und einfachere Möglichkeit, jetzt zu starten. Ich würde mich freuen, dich in meinem neuen Kurs Fit und Schmerzfrei begrüßen zu dürfen.